Hallo meine Herren, ich habe hier ein ganz spezielles Modell, Schutzschuh-Therapieschuh Trondheim in XL. Wir empfehlen diesen Herrenschuh bei stark formveränderten, bei diabetischen, sehr empfindlichen Füßen oder einen Halux Valgus. Denn die Funktion von Trondheim in XL ist es, deinen Fuß bestmöglich zu schützen, ihn zu entlasten. Und hier umfasst schon mal der hohe Schnitt, deinen Knöchelbereich und gibt dir Stabilität und Sicherheit. Für einen stabilen Sitz sorgt eben die verstärkte Ferse und natürlich der Klettverschluss. Der Einstieg lässt sich sehr weit öffnen, das ist erleichternd. Und nicht zu vergessen, unser Wechselfußbett kannst du gegen deine orthopädische Einlage tauschen. Und auch dieser Platzhalter versorgt dir einfach mehr Volumen im Schuh. Besonderen Schutz gibt dir unser Diadec-Innenfutter. Das ist ja antibakteriell, man züchtet keine Bakterien, man kann das Futter auch reinigen. Aber vor allem wird dein kranker Fuß optimal geschont. Druck und Scheuen werden verblieben. Dir ist alles sehr weich gepolstert. Auch hinten die Ferse und vor allem innen am Vorfuß. Die versteifte Sohle, die kannst du natürlich vom Orthopädie-Schuhmacher nach deinen Wünschen bearbeiten lassen. Diesen Schutzschuh kannst du in halben Nummern bestellen. Von Größe 6 bis 12. Mit diesem Modell geben wir dir Mobilität. Dieser Schuh ist eine Wohltat für schmerzende Füße. Das Leder ist super weich und die Polsterung total angenehm. Viel Spaß beim Schocken. Eure Bicke.